Medien, Goretzka rechnet fest mit Comeback gegen BVB Das zentrale Mittelfeld ist für Thomas Duchel ein großes Rätsel. Dem Cheftrainer des FC Bayern steht derzeit nur Konrad Reimer zur Verfügung, Leon Goretzka soll sich aber optimistisch zeigen. Das Mittelfeld wird zur Problemzone. Nächste Woche weitere Optionen vorzustellen. Mit Joswa Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Reimer und Raphael Geheru verfügte FC Bayern über vier Spieler, die in der Doppel-Sex spielen können. Reimer hilft oft als Rechtsverteidiger aus, und der Geheru einen Faszikel und einen Muskelfaserriss erlitt. Verließ sich Thomas Duchel häufig auf seine frühere Mannschaft. Goretzkas Mittelhandbruch im Spiel gegen Mainz 05 war ein schwerer Schlag für den Trainer. Der am Samstagnachmittag gegen Darmstadt auch Kimmich durch eine rote Karte verlor. Goretzka wird gegen den BVB voraussichtlich zurückkehren, wie die Münchner Abendzeitung berichtet. Was Duchel für das Oberligaspiel gegen Borussia Dortmund nicht unbedingt kreative Lösungen finden. Goretzka sei zuversichtlich, am kommenden Samstag wieder an Bord des Schiffes gehen zu können, hieß es in der Zeitung. Der Mittelfeldspieler wird voraussichtlich am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der Heilungsprozess verläuft jedoch gut und er hatte keine Probleme mit der Schiene. FC Saarbrücken statt, ersten zuvor findet im DFB-Pokal ein Spiel gegen den ersten FC Saarbrücken. November, 20.45 Uhr, allerdings dürfte Kimmich gegen drittligisten Goretzka ersetzen.